ich wäre vorsichtig damit ach bestimmt jemand ganz unbedeutendes so sind wir sicher dass wir alles haben dankeschön boys guck ihr habt Männer nicht gelootet hier in der Kabine die Xs sind noch schwarz und nicht ausgegraut ja Outlaws for life sehr gut wollen wir es gleich machen na Alju wenn Dutch das sagt dann würdest du auch so eintreffen wir müssten nur schlauer sein natürlich legen wir jetzt bisschen Boden zu war hier nicht der Bär der steppt irgendwo oder irgendwo steppt der Bär er hat sich vielleicht verkrümelt ist vielleicht ins Camp gewandert erfolgsjagt mit einem PS lasso komm schon na los du Gaul Gaul, 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 Gaul da haben wir dich so dann wollen wir dich einmal zusammenschnüren plündern dann gehört mir ja ist ja gut oh interessante Animation so auf den Pferdearsch mit dir du Pferdearsch dann werden wir mal sehen ob ich das tun musste oder nicht kann ich dich schlagen mhm in unser Camp du solltest doch schreien Junge ne gut will er grad nicht bereitet dadurch Nacht und Wind doch du wirst nützlich sein der Arthur mit nem aufmüpfigen Kind nein du fließt hier gar nicht so hopp 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 ich glaub nach der Tour tut mein Hintern so weh vom Reiten das ist doch unbequem die sind wieder am Basecamp angekommen die werden sich bestimmt schon freuen einen Feind kennenzulernen so einmal angebunden einmal den Pferdearsch vom Pferdearsch nehmen so das hängt bisschen von dir ab die sind echt gut die sind echt gut du hast ein bisschen schickst du ja Ich habe ihn. Sehr gut. Willkommen zu deinem neuen Haus. Ich hoffe, du bist wirklich glücklich hier. Willst du ihn sagen? Oh, nein. Jetzt, alles wir kriegen, ist lies. Uncle! Mr. Williamson! Tie this magot up someplace safe. Wir werden ihn erst füllen. Ich habe ein sagen, mein Freund. Wer schützt, fellas? Es braucht schütz, es braucht schütz, es braucht schütz, es braucht schütz und schütz ihn. Wir werden herausfinden, was du brauchst. Ich kann es nicht glauben! Ein O'Driscoll in meinem Camp! Ich liebe einen O'Driscoll, Herr! Ich liebe diesen Mann! Oh, was du sagen, Mann! Gut gemacht, Arthur. Ich bin einfach so sorry, dass wir jetzt auf Köln sind. Das kenne ich gar nicht. Jetzt muss ich herausfinden, ob wir diesen Trennen aufhören können. Okay. Na gut. Ich leg mich dann mal schlafen. Hätte davor aber noch gern was von meinem Hirschgulasch. Habe ich mir jetzt verdient. Wenige Tage später. Das war ein paar Wochen, aber... Dutch being Dutch, er ist beschäftigt, er machte plans, und... Dutch being Dutch, und die Pläne betrifft, die die Däuner und die Däuner Däuner. Ich dachte, dass du ihn überrascht hast. Ja? Ja? Ja. Ja? Uuuh! Das ist nur ein Schrapp. Soll ich noch nicht, son. Hallo, Abigail. Hallo, Dutch. Jackie. Der Mann wollte dich sehen, John. Er sieht mich jetzt. Was ist mir noch? Was für dich? Ich dachte, ich wollte einen Korpsen sehen. Bid ihr Zeit. Ihr seht viele davon. Du bist ein rotter Mann, John Marston. Er ist ein Idiot, Abigail. Wir alle wissen es. Jetzt, Räulein, man. Bill, jetzt riechst du vor und setz den Wettbewerb vor dem Tunnel. Das ist kein Problem. Warum machen wir das? Das Wetter ist gebrochen und wir können weg. Ich dachte, wir liegen hoch. Was willst du von mir, Jose? Ich will einfach nicht mehr Leute sterben, Dutch. Wir leben. Jose, wir leben. Schau an mich. Wir leben. Auch du. Aber wir brauchen Geld. Alles, was wir in Blackwater haben. Da gibt es nichts Besseres, als Züge zu überfallen. Ich könnte den Zug nicht ausrufen. Wer ist der Wettkisch Cornwall? Er ist ein großer Railway-Magnet-Sugar-Dealer-Oil-Man. Wie gut für ihn. Es klingt, er hat mehr als genug, was zu verhören. Dutch! Es ist Zeit, etwas von uns zu machen. Ab und zu hätte man vielleicht mal auf Hosea hören sollen, also auf den Älteren. Everyone ready? Alright, let's head it out! What are you doing? Hey, ich folge euch! Klingt nach einem Plan. There's a raised spot there that should give us good advantage. Charles, you'll keep lookout for any Outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars and deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what we're after. Mr. Cornwall's private car. Uff, was für Privatsachen sind denn da drin? Have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Das mach ich schon genug. After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Nein. Yes, boss. Good. Now come on. Let's ride! Na gut, dann improvisieren wir mal. Den Plan habe ich jetzt nicht zugehört. Irgendwer nimmt die Lokführer, irgendwer springt leise. Was kann da schon schief gehen? Micah ist auch dabei. Ha! Ein schöner Ausritt mit den Jungs. So, dann wollen wir gleich mal unsere Gesichtsverschleierung aufsetzen. Tun nämlich jetzt gleich Sachen, die nicht so erlaubt sind. Ein bisschen illegal. Sobald wir mal irgendwann an den Schienen ankommen. Ist ja echt weit weg. Ach, und da hinten ist kein Schnee mehr. Ist das schön. Also ganz weit im Hintergrund. Ja, das ist eine Crew, mit der man Sachen aushoben kann. Können wir nicht die ganze Brücke da springen? Ach, ich mache keine Fehler. Ihr anderen müsst aber aufpassen. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Oh, das wirkt wie eine geeignete Stelle. So. Wie kommt der so schnell da unten hin? Darf ich runterreiten? Bill, wie läuft's? Wo ist meine Maske? Da ist meine Maske. Oh, ich bin versteckt. Wo bist du denn? Wie läuft's? Können draufschießen. Ja. Okay, sicher. Jetzt einfach das Wirt und dann verabschiede ich es, um den Detonator zu verabschieden. Ja, das kriege ich noch hin. Einfache Verkabelung. So. Und du gehst dann weg, wenn ich zünde. Am besten ein bisschen davor. Kabel, Kabel, Kabel. Kabel, Kabel, Kabel. So. Ihr habt keine Ahnung, wie diese Zündmechanismen funktionieren. Wird dann ein kleiner Stromimpuls gesendet. Hatten die schon Strom. Okay, das ist gut. Er hat eine Eisenbahn. Vielleicht hatten die ein bisschen Strom. Sehr gut. Ja, komm mit, du Schönheit. Und du sollst aber auch eine schöne Mahlzeit abgeben. Keine Fehler. Nicht überhaupt richtig? Ja. Hab ich schon. Ich bin vorbereitet. Oh mein Gott. Eine Dampf-Chu-Chu. Sogar ein POV. Also ein Point of You. Komm. Jag's hoch. Oh, oh. Ja, gut. Wir... Wir rennen dem Zug einfach nach. Hätte ihm nicht so viel geraucht, hätte das ja geklappt. Oh, Vorsicht, Jungs. Nein. Mann am Boden. Komm her. Ja, ich zieh doch. Äh, runtergefallen. Kann ich das aufsammeln? Ja. Magenbitter. Ist ja gut. Erstmal looten. Zigarren. 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 Na gut. Ja, ja, wir sollen schnuppen. Ich weiß. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, aber nette Company habt ihr. Na, also. Der hat mich beinah erwischt. Äh, nur beinah. Doch, mach ich gerade. Nicht auf mich schießen. Nein. Nicht ins Gesicht. Befreien. 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 Das ist der Befreiungsschlag. Alles gut. Alles gut. Und rüber mit dir. So, anhalten, anhalten, anhalten. Und. Notbremsung. So gehört sich das. Sollte man nicht auf einer Brücke sein? Wo kommt ihr denn her? Kletter doch nicht auf den Zug. Was willst du da oben? Revolver-Held. Boah. Nehmen wir doch lieber das Reifel. In die Schulter. Und. Der eine hat überlebt. Ganz ruhig. Hä? Wieso treffe ich den nicht? War das einer von uns? Ach, das sind unsere Jungs. Sorry, Jungs. Ja. Kann ich auch sehen. So, das ist natürlich mein Loot. Natürlich. Ich plünder gerade noch. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr Jungs. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Jungs. Aber ich will nicht mehr. Aber vertraue mich, wir werden. Ich arbeite für Leviticus Corp. Na gut. Können wir nix tun. Ah, bin ich cool. Natürlich macht man das. So. Oh. Gleichzeitig. Oder ich mach zuerst. Und. Coole Leute sehen ich hin. Ich bin nicht cool. So. Kommt mit erhobenen Flossen raus. Jo. Rein mit euch. Na na na. Ich will das wertvolle Zeug haben. Ja ja. In den Zug steigen. Die Tür sieht nicht mehr gut aus. Sieht besser aus als meine Wohnung. Untersuchen den Brief. Äh, lesen. Ja ja. Cornwell. Mit verbindlichen Grüßen. Äh, weglegen. Nein, weglegen. So, was haben wir hier? Guter Brandy. Es hat sich gelohnt. Noch ein Brief. Ach, das sind mir wieder zu viele Worte. Was steht denn da drauf? Äh, umdrehen. Da ist nix. Lesen. Na gut. Bestimmt nicht so wichtig. Mach mal irgendwann ne Vorleserunde. Ja und hier ist ne Zigarre. Und Zigarre genommen. Und Schrank hat sonst nix mehr. Oh. Eine Schatulle. Na also. Danke Gott. Sehr gut. Irgendwas da noch zum Lüten. Sieht nicht so aus. Es ist aber ein fancy Schreibtisch. Ich würde trotzdem sagen, meiner ist cooler. Schublade durchsuchen. Sag doch sowas. Das war ein bisschen früher. Nehmen. Und da liegen zehn echte Dollar. Ja, ihr wollt doch ausrauben. 25 Dollar. Und Zigarre und Taschenuhr. Sogar aus Platin. Jungs, ihr seid echt scheiße im Plündern. Alter. Mach mal nicht so nen Druck. Wie soll ich hier entspannt ausrauben. Alles. Schub. Das ist so, wenn sie nicht. Die Bons. Ich glaube, wir können diese schnell machen. Das ist gut. Wie gemacht. Bons. Wir müssen alle das. Die Train. Ja. Wir müssen uns raus. Wie über das? Was denkst du? Ich weiß. Das ist für dich. Die Zählen. Die Zählen. Die Zählen. Sie sicher nicht. Sie können einfach nicht nach uns. Okay. Da sehen uns wieder nach an Camp. Ah, bin ich ein guter Cowboy oder bin ich ein schlechter Cowboy? In den Zug Die könnten doch jetzt wieder rausspringen Ich wäre rausgesprungen So Oh, so viel Loot, der hier eigentlich rumliegt Ich sollte nicht so lang, ach, den nehmen wir mit Nein, ich wollte ihn looten Boah, wir wären reich, hätten wir das hier alles mitgenommen Na komm schon Bisschen was muss hier sein Guckt euch das an, was kriegt man? 64 Cent Uiuiuiuiui So, dann Kann ich den einfach nicht auf Vollgas schicken Und dann abspringen Ah So Zug ist aufgeräumt, ich geh nach Hause Rest macht die Nachtschicht Ich mag das Revolverladesymbol unten rechts Und wenns noch länger dauert, muss ich skippen Ich hab das gemacht, ich allein Da hat er nicht Unrecht Ach, ist das schön Die ganze Karawane an Outlaws Gesetzlosen Mördern Unterwegs zu besseren Zeiten Vielleicht Ich bin unmusikalisch, bis zum geht nicht mehr Aber ich zoome mal ein bisschen dazu Wie mach ich das nicht großartig? Jungs!복schneller! Ja, sieht das geil aus. Nach einem Glück und der Schnee hört jetzt wieder auf. Ah, darf ich steuern? Arthur am Steuer, Ungeheuer. Wie sieht das cool aus hier? Ja, mach ich doch. Nein, die Milchkanne. Ein Glück habe ich die ADAC-Guld-Mitgliedschaft. Ihr wollt das hochheben? Wartet doch, bis ich da bin mit dem Rad. Boah, wie kriegen die das hin? Vor allem auf abschüssigem Gelände. Das sieht nicht sehr sicher aus. Hier. Mechanisch noch nicht sehr ausgereift. Nicht ganz. Was denkst du? Ah, die ähm... Native Americans, Indianer. Ja, ja, wo das nächste Camp ist, weiß ich. Viel Zeit dort verbrannt. Eichhörnchen voraus. War aber ein harmloses Einglück. Noch Eichhörnchen. Ach, die... So viel Wildleben, das ist echt klasse. Ich habe gerade gehört, dass einige der Armee da draußen war besonders, äh, unbelektig. Unbelektig? Wie Sie robben und sterben Menschen? Wir nicht. Ich mag Hussi eigentlich. Stinktier. Oder Eichhörnchen. Find mal's am besten mich raus. Mein Vater war ein coloredes Mann. Er sagt mir, er lebte mit unseren Menschen für ein paar Mal. Ein paar Freemen haben. Aber... Wir wurden verletzt, die drei von uns verletzten. Ich war sehr jung, dass ich mich nicht mehr daran erinnern. All the life, ich bin auf dem Weg. Ein paar Jahre später, ein paar Soldaten haben meine Mutter gebrochen. Sie hat uns irgendwo hin. Wir haben sie nie wieder gesehen. Wir haben sich umgekehrt. Er war ein sehr schrecklicher Mann, und der Drink hatte einen schrecklichen Halt an ihm. Um 13 Jahren. Ich habe mich einfach auf meine eigene Zeit. Das war etwa die Zeit, wo wir jungen Arthur hier gefunden haben. Vielleicht ein bisschen älter. Ein wilder Delinquent, den du nie gesehen hast. Aber er hat schnell gelernt. Ja... In einer von der schnellen Sorte. Ich hab Zeit. Sieht gut aus. Ich hält mich ans Navi. Oh, süßes Kaninchen. Nicht vor die Pferde laufen. So. Leichte Mädchen. So. So mittel. Oberflächlich tief. Stimmung. Ja. Immer nur die anderen irgendwie. Wie müssen sie Pferde nicht mal schneller machen? Ah. Zwischensequenz getriggert. Ja. Oh, macht der Müsli? Was ist denn Schafgabe? Äh, nein danke. Nein, ich muss wieder Steuer übernehmen. Beinahe Hetzen auf der Unfall gegeben. Richtig gegen den Baum fahren. Was wollte ich mir eigentlich aufheben für einen Tag, wo ich viel schlechtere Laune habe? Pass auf Kaninchen. So. Amerikanischer Ginseng. Ja, das klingt schon so gesund. Ja, hallo Bruder. Na gut. Danke Javier. Äh, hier rein. Durch den Busch. Ach, sieht das herrlich aus. Ich will den Wagen aber nicht jetzt zum Stillstand bringen. Erst wenn wir angekommen sind. Ach, da stehen ja schon die Zelte. So. Hat so lange gedauert, hier den Reifen wieder dran zu machen. Das Rad. Kann man ja nicht als Reifen bezeichnen. Ja, ja, ich parke irgendwo hier. So. Ja, es geht. Yay. Na ja. Nicht alle von uns. Ich glaube, ich bin nur überrascht. Ich habe nicht so lange, Dutch. Ich will die Leute sicher, bevor ich gehe. Ich auch. Und jetzt sind wir uns nahe von den Grizzlies und aus dem Geld. Und ein langer Weg von unserem Traum von Virginland in den Westen. Ich weiß, mein Bruder. Aber wir sind sicher. Wir machen ein bisschen Geld hier. Dann gehen wir wieder. Wir gehen nachher um sie. Wir sind nach dem Unfall von Uncle Sam. Und in ein paar Monaten kaufen wir ein paar Land. Ich hoffe, so. Would you just look around you? This world has its consolations. Ich hoffe. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, you know, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Jetzt kommt ein Pep-Talk. Es ist Zeit für alle, dass sie ihren Geist haben. Es gibt eine Stadt, ein bisschen nach dem Weg, die Valtine. Die Stadt, alle Mord und Morons, wenn ich richtig erinnere mich. Das scheint ein guter Ort zu beginnen. Und wir brauchen Essen. Real Essen. Das bedeutet jeden Tag, jeden von euch. Und erinnere mich, was ihr findet, das Camp bekommt seinen Schlag. Näh, gut. Dutch hat das Konzept von Steuern erfunden. Ihr zwei wird kurz bereit sein. Wir legen dich hier hin. Ich bin sicher, dass alles gut wird, Miss Grimshaw. Es sollte sein. Die meisten von Blackwater getötet wurde. Alles außerhalb von meinem Geld. Oh, nicht mich. Wir können immer mehr Geld machen. Wir müssen. Miss Jackson. Ich habe Scheiße gesehen mit mehr Gemeinsen als du. Mach es richtig. Ach, das Gezetere im Camp. Sehr gut. Aber da sind wir in unserem neuen Zuhause. Und es ist kein Schnee da. Kapitel 2. Horseshoe Overlook. Wie gesagt, bis Kapitel 4 bin ich immer gekommen. Und dann wollte ich nicht, dass das Spiel zu Ende geht. Ich habe sehr viel Zeit mit Jagen verbracht. Ein paar Wochen später. Ich habe nicht in der Nähe. Ich habe eine große Herausforderung. Dann bin ich in der Nähe. Ich habe einen Fass von Steuern. Und da ist ein ganzes Land besonderes, und ich sehe, dass es etwas besser ist. Wie gesagt, das Gezetere. Ich habe nicht in der Nähe. Ich habe nicht in der Nähe. Ich habe nicht in der Nähe, dass es ein paar Jahre lang gut ist. Ja, ist das Kaffee für mich? Oh, Dankeschön. Oh, je, der Deutsche. Das klingt nicht verkehrt. So, endlich zu Hause. So halbwegs. Dann würde ich aber gleich mal sagen, ich bin so müde. Nicht rasieren, sondern wir speichern jetzt einmal das Spiel. Schlafen bis Mittag. Wie geht nochmal speichern? Ich glaube, das geht im Menü. Ich würde auf jeden Fall sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.